weiter geht es ist Super Meat Boy Willkommen zurück zu Triple Play Todeszähler bei hundert und drei zweiten Part absolut nicht gut an ich versuch's nochmal mit Gamepad obwohl mir auch schon geraten wurde ist doch lieber mit Tastatur zu spielen aber wir sind Hardcore das ist ganz komisch ich versteh's nicht er lenkt einfach nach links obwohl ich nach rechts drücke das ist ein scheiß Gamepad so wird das natürlich nichts naja wir sind ja noch nicht genug sinnlos gestorben so ja geil sowas geilt mich persönlich total überhaupt nicht auch aber wir haben es geschafft das finde ich super klasse toll das ist jetzt aber unfair wie soll ich dann die Eide rankommen also ich will dieses komische Band da drüben kostet was es wolle dass man das nicht einfach behalten kann das muss ein Weg geben das muss ein Weg geben kann ich jetzt nicht auf die Rand saugen oder so ein Scheiß also gibt's nichts ich sehe schon Part 3 werde ich fucking lieben los ich darf nicht mehr darüber wenn der fällt ach komm wisst du was fick dich du scheiß Band fick mich am Arsch brauch dich nicht ich komm nur alleine weiter ich muss das jetzt hier bringen ich darf keinen Scheiß machen anscheinend dieser Schlüssel die man jetzt sammeln muss ich krieg dieses komische Band da zwar nicht aber was weiß ist WTF ja wenn er nicht ich scheiße jetzt auf dieses verfickte Dreck Gamepad WTF fragt nicht was das jetzt gewesen sein soll das war dumm ob die Konzentration ist was ich würd sagen fuck it ich komm nur hin hier hoch ja ja ablöst in dieser ablöst so muss es laufen und anders du wirst du jetzt auch hier wenn das war auch nicht aber wie soll man da Geld schaffen das hat ja ewig gedauert das war jetzt echt leicht Piss dich Schleimklumpen Wichser und fand ich auch noch nichts verschissene Dreck Arktwasser was das sein soll einfach nur scheiße scheiße dass ich hier gleich beinahe durchgegangen wäre ja komm von links und von rechts ach komm ich stehe doch drauf wenn ihr mich von beiden Seiten gangbang wollt das ist doch schwul ist doch das das kommt ja das macht doch keinen scheiß Super Shitboy Junge Schlüssel Ah Schlüssel Ah da war ein Band ich hab grad gesehen auf dem Augenwinkel da eine komische Olle kann mich mal ganz die Pflicht am Arsch legen so ganz dezent so richtig fett den Arsch ablecken es hätte klappen können es hätte klappen können es hätte diese Suizidaktion einfach lassen Nein scheiß großer Ding da was auch immer du bist ja komm klatsch mich durch gegen die Decke ich hab da kein Leben soll ich das jetzt drüber überleben Ah Oh jetzt haben wir das schon mal irre schafft okay Uh diese Geister sind scheiße und stinken so Schreien bringt immer was Hilfe schreie die kann man bei dem Spiel auf jeden Fall gebrauchen muss ich das jetzt schaffen Versuch uns jetzt einfach mal auf gut Glück mehr als abklebt den können wir nicht und das war jetzt gar nicht mal so schlimm ey das ist ja unglaublich ach komm das ist ja hier noch easy wie soll ich an dem vorbeikommen na an dem hässlichen Ding komm ich doch nie im Leben dran vorbei Oh das ist so unfair aber noch ist meine Laune recht gut also noch kann ich mich nicht beschweren das ist zwar ziemlich doof jetzt hier und diese ganze Methode die ich hier leider sind zwar alle ein bisschen blöd das klingt nix das ich komme nicht vorbei wie dann okay das das muss man so eine Superheldenaktion hier kann ich nicht guckt euch mich an ich bums die Wand oh das ist geil ah ah okay ich habe keine Ahnung wie es geschafft habe aber das ist mir auch komplett Titte in Hauptzeit bin ich nicht nein 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 wie kann man so das war 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 so jetzt komme ich hier nicht mal okay jetzt ich fange langsam an meine Idee zu verlieren das ist nicht gut aber ich weiß wenigstens wie ich an diesem Schleimassi-Klumpen vorbeikomme was sind denn das überhaupt für Wecke wenn die hier geht weg kauft euch ein Zuhause oder geht arbeiten und und jetzt runter oh ja komm oh ja komm das ist so das ist so schäbig ey das ist so verfuckt nochmal das ist einfach nur unglaublich schäbig von euch Mann hoch mit ihr jetzt leg dich nicht nochmal mit diesem komischen Ding da unten an das ist einfach nur scheiße ist das warum ist ein Warp sehe ich gerade aber das schaffe ich doch eh nicht bis dahin oder komm wir versuchen es yeah 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 übrigens könnt ihr mir mal erzählen wo die Warpser uns alle sind ich meine wenn wir die finden versuchen muss ja jetzt verkacken tue ich doch sowieso nicht und der Todeszeder freut sich ich weiß ja nicht wo er jetzt mittlerweile schon steht und das ist mir auch scheißegal weil mich regt dieses Spiel jetzt schon wieder total auf ich war vor 5 Minuten noch total relaxed und jetzt könnte ich schon wieder ausflippen da ist ein Band aber das kriege ich doch im Leben nicht ok was soll das da unten Aufmarsch der SPD Fraktionsmitglieder weil die alle rot sind oder was oder nein ich weiß was das sind das ist die Menstruation ihr seht schon alles ist rot legen wir am Arsch oh ich will aber dieses komische Band haben wir warten mal bis die vorbei sind wir warten mal bis die vorbei sind die sind halt ein bisschen langsam die Politiker und die Menstruation diese Woche auch ah das war easy ah das war billig ich war aber kommen ich habe nicht mehr zu bieten oder was das war ja mal voll Pipi war das das war ja es hätte schon mit verbundenen Augen geschafft ich hätte die Fresser halten aber das musste jetzt immer werden HÜAAH das war auch für nicht HÜAAH HÜAAH den Haar ist nicht schlecht nur das wird jetzt entfernt aber das das ist okay das ist okay das ist okay ich hab's ja auch irgendwo gewusst HÜAAH auch mit dir das wird so nix ich muss warten bis dieses kommt jetzt könnt ihr es schaffen jetzt jetzt NEN NEN UAAH ich schaff diese Warp Zones einfach nicht Warp Zones einfach nicht das sind schwul ich stelle mir das einfach mal so fest die sind einfach nur scheiße das erste war ja noch das erste war ja noch billig aber das hier ist ja schon wieder der ultra mega schwul Nein! Ach! Ah! Oh ja, Game Over, weißt du was? Fuck you! Fuck! Ah, hier haben wir wenigstens... Ja, hier komm Rob's on Unlock! Ich versuche nicht wenigstens vor das Level hier noch schaffen! Das versuchen wir jetzt nicht! Ah! Ich kann es, ich sehe es schon kommen, die Kommentare! Bleib cool! Aber bei diesem Spiel... Kann man nicht... Ah! Ah! Dieses Spiel wird nicht leichter, wenn man anfängt seine komplette Geduld zu verlieren! Fick dich! Unser lila schwuler Asi-Klumpen! Jetzt komm, jetzt mach hier schon so'n Scheiß bei der Scheißwand! Ah, ich sehe es schon! Ihr lacht euch bestimmt kaputt, ich kann es mir schon denken! Aber... Ihr solltet hier selbst spielen! Ihr wisst, wie ich mich hier fühle! Das macht doch... Der Junge, wenn du Scheiße baust, Freundchen! So, das haben wir! Kann ja nicht so schwer sein! Ist es aber! Yes! Okay! Okay! Das war gut! Das hat Spaß gemacht! Zumindest, wo wir es geschafft haben! Was ist jetzt? Lauf! Okay! Was soll das? Okay, ich weiß, was es ist! Es ist tödlich! Was ist in diesem Spiel denn schon... Nicht tödlich! Hä? Wie kam denn jetzt Blut an die untere Deckenseite? Das verstehe ich jetzt nicht! Ich weiß, dass eben sollte das letzte Level sein, aber das will ich ja noch kurz probieren! Nein! Ich habe es mir irgendwie angewöhnt, jedes Mal mit dem Schiff zu rennen, indem ich das scheiß Gamepad weggepackt habe! Ich bin einfach kein Patchspieler! Oh, ja! Das ging jetzt noch! Gut! Bevor ich hier wirklich noch die komplette Geduld bis zum Schluss verliere, lassen wir es jetzt! Und jetzt kurz kurz ein bisschen wieder an! Gut, das machen wir das nächste Mal! Ich danke wieder für Zuschauer, wenn das Triple Play gefällt! Ihr wisst, klickt auf die grüne Box und abonniert mich! Ihr werdet mir wirklich einen riesen Gefeind damit tun! Wenn euch das Video gefällt, schreibt mir nicht einen Kommentar zu oder gebt mir einen Daumen hoch! Ich weiß es nicht! Ich freue mich auf jeden Fall, das nächste Mal wieder für euch spielen zu dürfen! Und sage bis dahin, relaxed bleiben! Macht's gut! Tschüss!